In diesem Video wird gezeigt, welche mikrostrukturellen Möglichkeiten es gibt, die Festigkeit von Werkstoffen zu steigern. Im Spannungsdehnungsdiagramm sind die Dehnungskurven eines Werkstoffes mit verschiedenen Festigkeitswerten dargestellt. Die Steifigkeit, also der E-Modul und damit auch die Steigung der Hookschengeraden, kann mikrostrukturell nicht verändert werden. Streckgrenze und Zugfestigkeit können aber sehr wohl gesteigert werden. Grundsätzlich beruht die Verformung von Metallen auf dem Wandern oder Gleiten von Versetzung. Wenn jetzt die Festigkeit erhöht werden soll, muss die Verformung erschwert werden. Das heißt, dass auch die Versetzungsbewegung erschwert oder behindert werden muss. Eine höhere Festigkeit von Werkstoffen kann durch verschiedene mikrostrukturelle Mechanismen erreicht werden. Die Mischkristallhärtung, die Versetzungshärtung, die Korngrenzenhärtung oder die Ausscheidungshärtung. Ein Vergleich der maximal erreichbaren Verformungswiderstände zeigt, dass die Teilchenhärtung und die Versetzungshärtung die größte Festigkeitssteigerung ermöglichen. Eine geringere Festigkeitssteigerung wird durch Mischkristallhärtung und Korngrenzenhärtung erreicht. Dies kann je nach Anwendungsfall aber völlig ausreichend sein. In diesem Video wird auf die Mischkristallhärtung eingegangen. Die Mischkristallhärtung ist einer der wichtigsten Mechanismen zur Festigkeitssteigerung eines Metalls. Grundsätzlich wird hierbei durch das Einbringen von Ligierungselementen eine Verfestigung bewirkt. Die zu ligierten Fremdatome stellen Hindernisse dar, die von den Versetzungen überwunden werden müssen. Und hierzu ist ein zusätzlicher Energieaufwand erforderlich. Bei den Mischkristallen unterscheidet man zwischen Substitutions- und Einlagerungsmischkristallen. Bei Substitutionsmischkristallen ersetzen Fremdatome die Atome auf den regulären Plätzen im Kristallgitter. Voraussetzung ist ein ähnlicher Atomradius, welcher maximal 14% abweichen darf. Zusätzlich müssen die Metalle den gleichen Gittertyp aufweisen. Beispielsweise bilden Aluminium-Mangan-Ligierungen einen Substitutionsmischkristall. Weil diese Fremdatome aber größere oder kleinere Radien als die Atome des Grundgitters haben, kommt es zu lokalen Spannungen im Kristallgitter. Diese werden bei größeren Atomen als Dilatationszonen und bei kleineren Atomen als Kompressionszonen im Gitter bezeichnet. Dilatations- und Kompressionszonen erschweren somit je nach Menge und Größe der Fremdatome die Versetzungsbewegung. Bei interstitiellen bzw. Einlagerungsmischkristallen lagern sich Atome in den Gitterlücken, den sogenannten Zwischengitterplätzen, an. Die sich einlagernden Atome haben einen kleineren Radius als die Atome des Grundgitters. Versetzungsbewegungen werden von diesen Zwischengitteratomen blockiert. Sie wirken regelrecht als Hindernisse. Dabei häufen sich die Versetzungen dann um die Fremdatome an. Je mehr Fremdatome vorhanden sind und je größer der Unterschied ihrer Atomradien im Vergleich zum Grundgitter ist, desto größer werden die Gitterspannungen. Je größer die innere Gitterspannung und je größer die Anzahl an Fremdatomen ist, umso größer ist wiederum die entstehende Verfestigung bei einer Verformung. Ein klassisches Beispiel für Einlagerungsmischkristalle sind Eisen-Kohlenstoff-Verbindungen, wobei der Kohlenstoff auf den Zwischengitterplätzen eingelagert ist. Die Festigkeitssteigerung ist abhängig von der Konzentration der Fremdatome. Der Zusammenhang zwischen Fremdatomkonzentration und Festigkeitssteigerung kann durch folgende Wurzelfunktionen beschrieben werden. Dabei haben die ersten Fremdatome eine größere Wirkung auf die Festigkeitssteigerung als die letzten. Zusammenfassung Durch das Einbringen von Legierungselementen wird die Festigkeit von Werkstoffen um bis zu 400 Nm² erhöht, da die Versetzungsbewegung behindert wird. Je größer die Zahl der Fremdatome ist, umso größer werden Spannungen im Gitter und umso größer ist der Beitrag zur Festigkeitssteigerung. In den folgenden Teilen 2 bis 4 werden die weiteren zuvor genannten mikrostrukturellen Mechanismen der Festigkeitssteigerung vorgestellt. Das ist die Zelle von der Fremdatome.